Einen wunderschönen guten Tag, mein Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Pokémon Schwert. Part Nummer 29 und wir sind immer noch im Widerscheinwald und da werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen bleiben. Because ich suche die Weg. Ich glaube, der richtige Weg ist tatsächlich hier hinten, den ich als erstes genommen habe. Aber den anderen mal zu nehmen war auch in Ordnung, weil... ...da rum. Viel Spaß, weil da war noch ein Pokéball versteckt und ein Trainer. So, hier sind wir das letzte Mal stecken geblieben. Ich muss einfach nicht irgendwo runterfallen. Ah, da ist die TM. Schnarcher. Wow. Attacke nur im Schlaf möglich. Ziel schreckt eventuell zurück. Ja, super. Das ist halt nur was für Relaxo. Naja. Da ist auch ein Pokéball. Zwei Hypertränke und da ist auch eine alte Frau, die kämpfen will. Komm schon, Old Lady. Manche Pilze, die erwachsen, reagieren darauf, wenn man sie berührt. Ja, das muss mir jetzt aber nicht jeder Trainer sagen. Das weiß ich auch so. Madame Eleonore. Das weiß ich auch so. So, sie hat einen Servol. Ich weiß nicht, ob Pikachu da die beste Lösung dagegen ist. Aber ich mach jetzt mal einen Donnerblitz. Mein Bind, vier Level. Über ihr. Ja. Ziehstrahl. Oh je. Ja, das hat wehgetan. Das hat wehgetan. Aber sie müsste jetzt K.O. gehen. Ah. Das geht für mein Pikachu K.O. Ja, Mann. Gigi. Giga, biga. Giga, biga, biga. Ja, ich sag's extra ein bisschen falsch. Nicht, dass ihr euch denkt, was ist das für ein Spastel. Ja. Da können wir Garados in den Kampf schicken. Die Kurs ist ja eh nur noch ein Hit. Ah. Was macht er jetzt? Hä? Ja. Angriff sinkt, okay. Macht nix. Ist trotzdem K.O. Und Garados kriegt jetzt die Solo-Epi. Weil Pikachu K.O. Ah, guck mal. Kamalm, Level 39. Fesselbiss will Kamalm lernen. Was ist das denn? Anwender und Ziel können nicht ausgetauscht werden, bis einer von ihnen kampfunfähig wird. Der Effekt endet, wenn eines der Pokémon das Kampffeld verlässt und hat noch 80 Stärke. Ja, ne. Braue ich nicht. Braue ich nicht so. Als nächstes kommt noch ein Servol. Ne, ich behalte Garados. Wenn ich ja den Biss hab. Geh, geh. Ein Garados wird zwar lang... Ach, immer den Angriff senken hier. Bist du eine nervige alte Frau? Ja, jetzt kannst du halt nicht zurückschrecken, ne? Weil ich nicht das Erste zusammengreife. Sag mal... Sag mal... Wie ist du... Wie ist du... Was machst du eigentlich? Greifst du... Willst du den Kampf nicht gewinnen? Du bist eine komische Dame. Ja, jetzt... Schläft sein, oder was? Ne, das macht nur Damage. Ja, das bringt dir halt nix, ne? Es hat dir jetzt überhaupt nix gebracht, ne? Du bist eine schlechte Trainerin. So, Gortrom, Level 41. Und Garados ist so kurz vor einem Level ab. Madame Eleanor wurde besiegt. Wenn ich einen Kampf verliere, berührt mich das. Aber anders als die Pilzchen werde ich eher finster. Halsmaul. Das war jetzt ein unnötiger Kampf gegen dich. Also... Du hast mir zwar meinen Pikachu kaputt gemacht. Ja. Respekt. Nicht viele haben bisher Pokémon von mir K.O. bekommen. Aber... Dann hast du... Hast du... Einfach am Ende nicht mal die Mühe gemacht hast, anzugreifen. Das ist dann halt schon ein Skandal. Da habe ich ja noch die neue TM. Ja, das können alle lernen, aber... Was bringt mir das? Nichts. Nichts darunter? Ach, da war der Pokéball. Okay. Wieder nach hinten mal gucken, ob da vielleicht noch irgendwas ist. Ja. Vielleicht muss ich hier irgendwo links. Ja. Ja. Gut gemacht. So. Ja, hier geht's durch. Und... Da war ein Pelzebub. Ja gut, da können wir den Kollegen fangen. Wenn's gut läuft. Level 38. Okay. Mach mal ein Elektroball. Ja, das hat jetzt nicht schlecht Damage gemacht. Aber ich glaub, der Pelzebub wird... Äh... Hä? Okay. Ja, dann müssen wir mal zu Gortrom wechseln, ha? Am Level 38 ist schon eine Hausnummer. Alter, der macht so mal Gortrom verdammt viel Damage. Was ist los mit dir? Bisschen Zauberballer, aber bitte geh nicht drauf, okay? Alter. Ja, zwei hält er noch aus. Ja, sehr gut. Superball. Ach, bleib mich im Arsch. Polterknecht, was ist das? Äh... Okay. Mach mal einen finster Ball. Wir müssen ein bisschen mehr nützen. Ja? Ja? Hihii! Pelzebub wurde gefangen! So, jetzt kriegt Garados ein Level ab. Nokchan kriegt ein Level ab und Pikachu kriegt ein Level ab. Ja, let's go! Let's go! So, es nutzt eine Taktik, bei der es sich niederwirft und vorgibt, sich zu entschuldigen, nur um dann mit seinem sperrtigen Haar zuzustoßen. Ja, also wenn du so ein hinterhältiges Stück Scheiße bist, dann verkriech dich in die PC-Box. Aber sowas von. Ja, jetzt brauche ich Supertränke. Jetzt brauche ich Supertränke. Vor allem einmal für Pikachu, weil ich will Pikachu noch ein bisschen mehr Level. Und ja, jetzt bin ich für Gottrum. Gottrum braucht sogar noch einen normalen Trank. Weil, wenn ich mal Gottrum brauche, dann will ich das volle KP hat. So. Weiter geht's. Hinten ist ja noch... Jetzt willst du mich aber... Jetzt willst du mich aber flexen, ne? Ach, komm. Da hat es das so schön gefunkelt. Hier. Ein Klumpen Leuchtmoos. Wird der Träger von einer Wasserattacke getroffen, steigt seine Spezialverteidigung und das Item verschwindet. Wow. Also unnütz. Ah, wieder eine TM. Herdwende. Okay, was kann das? Nach der Attacke eilt der Anwender zurück und tauscht den Platz mit einem anderen Pokémon. Äh. Okay. Ja, Gottrum kann das lernen. Stärke 70. Aber was will ich damit? Nichts. Effektiv nichts. So. Also hier gibt's 6 mal zu holen. Dann können wir runter. Und was kommen wir jetzt? Raus vom Wald? Oder willst du mir sagen, die Supertränker waren jetzt unnötig? Ja, sie waren unnötig. Wir haben Fairbelly erreicht. Ha. Okay. Schöne Stadt. So schön. Wirklich schön. Also die Städte haben sie echt schön gemacht. Ja, da habe die Supertränker und die Tränker, die habe ich jetzt für nichts benutzt, ne? Ich habe gedacht, das geht noch ein bisschen länger, bis ich diesen Wald durchquert habe. Aber okay. Dann heilen wir mal meine Pokémon. Dann gucken wir uns ein bisschen die Stadt an. Dann wird dieser Part ein bisschen kürzer. Äh. Und dann geht's dann morgen in die Arena schon wieder. Wieder zwei Arenas innerhalb kürzer Zeit. So. Bitte beheuern wir uns bald wieder. Nein. Wie ich höre. Ja, ja, ja. Herzlichen Glückwunsch. So, die Mände hat sich erweitert. Super. Also, nee, ich will zuerst verkaufen. Gucken, wie viel Kohle ich mitnehmen kann. Ich habe bis jetzt 84.000. Äh, die Triplette. Brauche ich die überhaupt? Nee, nimm sie. Was will ich mit der Mix? Also, wir fangen hier vorne an. Hier möchte ich eigentlich Überheiler. Kann ich eigentlich alle drei verkaufen. Gibt 600. Brauche ich eh nicht. Den Rest behalte ich. Pokébälle sowieso. X-Spezialangriff kannst du haben für einen Tausender. Let's go. Das behalte ich. Das behalte ich. Nee, das Leuchtmoos kannst du haben. Das brauche ich jetzt wirklich nicht. Die Großwurste brauche ich jetzt auch nicht zwingend. Äh. Den Rest behalte ich jetzt mal. Ich kann ja eigentlich den Feuerstein auf meinen Wulpix machen. Aber ich würde das gerne auf ein gutes Evoli machen. Damit ich direkt einen Flammara kriege. Schatztasche. Minipilz. Nur 250. Wow. Die Fossil überhalte ich selbstverständlich. Ja, fast auf 100.000 Zimmer. So, jetzt können wir Sachen kaufen. Superbälle. Reicht. Supertränke kann ich kaufen. Habe ich 4 Stück. Supertränke. Also ich nehme mal 17 normale Tränke. Damit ich wieder 20 habe. Falls mal ein kleines bisschen mal was passiert oder so. Supertränke nehme ich ebenfalls 17 mit. Dann habe ich 40. So. So. Übertränke nehme ich 16 Stück mit. Teurer Spaß. Musst du mir aber noch einen Bonus geben. Ne, gibt er nicht. Flixer. Superbälle kann ich leider noch nicht kaufen. Okay. Ja, der Rest passt eigentlich. Oder? Gegengift haben wir noch 4. Ja, ja, ja. Von allem noch genug. Mehr als genug. 30 Poké-Puppen. Geh, geh. Ja. Dann. Hi. Hallo, Frau. Ja. Hat nichts zu sagen. Hast du was zu sagen? Ja, sie hat gesagt, dieses Städtchen hat das gewisse etwas. Da hat sie vollkommen recht. Fairbally. Eine charmante Siedlung, die zwischen den Wurzeln riesiger Bäumen erbaut wurde. Ist wirklich mit den ganzen schimmernden Pilzen und den vielen Farben echt schön. Was bist du da oben? Chaka-Chakalaka. Ich bin ein Pokémon. Los, kämpf wegen mich. Okay, ich erkläre dir mal, wie ich das sehe. Gehören Hopplo und Thermopod derselben Art an? Nein, oder? Und doch bezeichnen wir sie beide als Pokémon, nicht wahr? Hopplo und ich gehören verschiedenen Arten an. Genau wie ich und Thermopod. Im Umgeschluss wäre es also nur logisch, mich auch als Pokémon zu betrachten. Ergibt Sinn, oder? Alle. Ich will das gar nicht lesen. Ich will dann bloß gerne ein Pokémon sein. Ja. Gib nicht auf. Ja, da machen Leute, sagt man noch, oder? Ein Outfit beeinflusst das Innenleben. Ja, dann kauf den Pokémon-Outfit. Ah, halt's Maul! Wäre es so gut, ein Outfit zu tragen, das meine bruddende Leidenschaft verkörpert. Wahrscheinlich. Ja. Habt ihr hier überhaupt eine Boutique? Oder kann ich mich einfach so umziehen? Ich denke nicht, oder? Da brauche ich schon die Boutique. Ja, na klar brauche ich da die Boutique. Habt ihr überhaupt eine? Gut, ich könnte mich in der Arena umziehen. Oh. Lol. Hi, Lampi. Erholung. Okay. Anwender wird vollkommen geheilt von allen Stadelsmodellen, befreit und schläft die folgenden zwei Runden. Ja, super. Wieder etwas, was ich nicht brauchen kann. Dann gehen wir mal in alle Häuser hier rein, würde ich sagen. Na, Kleiner? Wenn ich die alte Papelle treffe, sagt sie mir, ich sollte mehr Pink tragen. Ah ja, die alte Frau ist ja hier, die Arena-Leiterin, mit ihren Fee-Pokémon. Ja, ja, ja. Hi! Ich bin jetzt gleich so schön wehschön, weil wenn du die Pilze leuchten lässt. Jetzt mach's nur in der Nücke. Unterhalte mich gerade. Äh. Okay. Creepy. Oh, da ist ein Item. Zwei Riesenpilze. Dann gehen wir mal in diese schöne Wohnung rein. Das ist ja den Arena von Passpect. Dann weißt du, diese TM sicher... Lol. Gib's ihm einfach eine TM. Die Bürde. Okay. Eine Attacke bei der Anwender das Ziel bedrängt. Fügt Ziel mit Statusproblem hohen Schaden zu. Okay. Halbzeit gibt's ihm eine TM. Ah, es lohnt sich halt, dem Pokémon immer mit jedem zu reden. Hat man jetzt wieder gemerkt. Wulpix könnte ehrlich... Ah, ne, hat's ja schon. Steil, Flügel, Schaufler. Gift, Schock, Vergeltung. Gott, haben keine Kehrte. Äh, Erholung könnte jeder. Bürde könnte Wulpix lernen. Eine Geistattacke. Ich glaub, gibt doch Wulpix nicht eine Geistattacke. Wo sind wir denn hier? Ja, ja, ja. Pokma wird er nicht so schenken. Blablablablablablablablablabla. Am besten krieg ich das Blablablabla. Äh, jetzt muss ich gegen die kämpfen? Äh, okay, ja. Sie will mir zeigen, wie man Pokémon stärker macht, ohne irgendwas zu benutzen. Kerada. Was ist das denn? Das sieht mir nach einem Eis-Pokémon aus. Ah, wir haben gegen ein Kerada schon mal gekämpft. Was ist es denn? Oh, fuck. Hat mich verklickt, Entschuldigung, aber ist okay. Ja, macht das nicht so viel Damage, hä? Jetzt. Äh, okay. Machen wir mal einen Elektroball. Gib ihm! Wow. Das hat er ja viel Damage gemacht. Dann halt. Ah, fuck, ich wollte auf den Donnerblitz. Aber Ladungsstoß macht es auch. Noch immer weniger Damage. Käfer gebrummt. Ah, das ist ein Käfer-Pokémon, okay? Alter. 37 Damage auf einmal. Ist nicht wenig. Aber, ich denke, den Kampf werde ich mit Pikachu... Ich glaube, ich werde den Kampf mit Pikachu nicht gewinnen. Ach, nee. Okay. Ja. Dann halt noch Chan. Ist okay, Pikachu. Dann, ja. Muss ich halt nachher, bevor ich in die Arena gehe, nochmal kurz ins Pokémon Center. Ich glaube, das könnten schwierige Arena werden. Meine Pokémon haben jetzt nicht unbedingt so viele Level-Ups gemacht seit der letzten Arena. So, Kerada wurde besiegt. Let's go. Gibt gut EP. Ja, okay. Doch nicht. Nadine wurde besiegt. Habt ihr nicht gedacht, dass du den Panzer von Kerada durchbrichst? Tja. Kerada war doch eine ziemliche Alternus, oder? Und das, obwohl es sich noch nicht voll entwickelt hat. Das Geheimnis liegt in diesem Evolith hier. What the fuck is this? Ein mysteriöser Klumpen, der die Verteidigung und Spezialverteidigung von Pokémon erhöht, die sich noch entwickeln können. Wenn ein Pokémon, das sich noch entwickeln kann, einen Evolith trägt, steigen seine Verteidigung und Spezialverteidigung. Okay. Jetzt kann ich eigentlich Pikachu geben. Weil Pikachu kann sich ja entwickeln. Ja, wobei, Pikachu hat ja schon was. Wem kann ich denn das geben? Ich weiß es nicht. Pikachu würde ich es ja gerne geben, aber da habe ich den Magnet, der die Elektroattacken verstärkt. Und zwar um einiges verstärkt. Ich brauche den Scheiß nicht. Ich brauche keine Verteidigung. Angriff ist die beste Verteidigung. So, hat es ja gelohnt, aufs Fahrrad zu steigen. Warum soll ich Verteidigung aufstocken, wenn ich sowieso stärker als alle anderen bin? Sehe ich keinen Sinn darin. Guck mal, fünf Pokéball und ein Superball. Nur Garados ist im Superball drin. Wie sieht es aus? Habe ich neue Pokéjobs oder so? Ja, neue Aufträge. Sehr gut, da können wir die auch noch machen. Dauerhaft offene Stellen. Okay. Schicken wir uns erst mal hier. Fünf Sterne EP-Ausbeute. Ja, auf der Wahrscheinlichkeit brauchen wir noch Arbeiter, die kräftig mit anpacken können und eine ordentliche Portion Muskeln mitbringen. Ja, also Kampf-Pokémon. Das können wir einrichten. Das können wir einrichten. Machen wir denn die Kampf-Pokémon. Hier, Praktibald. Der kann sehr, sehr gut mit anpacken. Pam, pam, sicher auch. Ah, Muggelbaum ist nur Gestein. Fuck me. Sieben Pokémon kann ich da hinschicken. Hier, Karadonis. Einige Kampf-Pokémon habe ich hier. Okay. Ja, Nocchan wäre natürlich perfekt dafür, aber Nocchan ist ja mein Main-Team. Hier, Porrenta kannst du haben. So, drei Stücke können wir noch schicken. Dann nimm noch Lecriodon mit, weil einfach so. Dann nimm du mit hier, Hampros und mitnehmen kannst du noch. Er kann noch gut anpacken, Onyx. Ja. Onyx kann sich ja gut anpacken. So. Tschüss, meine Lieben. Bis morgen. Oder besser gesagt, übermorgen, weil morgen um zwei, bei mir ist es 22 Uhr. Morgen um 22 Uhr bin ich mal an der Switch wahrscheinlich. So, maximal 10 kann man da schicken. Das ist ein steigender Basiswert, die KP. Das Angriffs-Seminar, Verteidigungs-Seminar, Initiativ-Seminar. Naja, da bringt es halt wirklich nur, wenn ich Pokémon aus dem Main-Team schicke. Aber. Ja. Soll ich die schicken? Ach, läpp mich doch. 10 Pokémon kann ich schicken. Für mehr KP. Ja, machen wir Smet-Bo noch. Dann machen wir hier Noctu, Diktri. Äh. Er hat noch gute Level. Gollbit. Yeah, Maracamba. Pelze-Bub. Ja, Pelze-Bub sowieso. Den Kapodor-Paragoni. Lame-Lux. Wenn schicken wir noch. Wenn schicken wir noch. Wenn schicken wir noch. Ah, komm, guck, Fanti. So. Los. Ganzen Tag. So, los geht's, mein Lieben. Ihr seid eh Pokémon, die wahrscheinlich schon viel KP haben. Aber noch mehr ist geil. Okay. Sie werden ihr Bestes geben. Ja, super. Äh. Jetzt will ich noch kurz in die Pokémon-Box gehen. Weil ich habe ja noch das ein oder andere Pokémon, was ich doppelt habe. Und das macht ja keinen Sinn, weil ich sie nicht brauche. Zum Beispiel hier dieses Evoli. Äh. Wullpix. Level 11. Freilassen. Kannst zurück in die Wildnis gehen, mein Lieber. Tschüssi. Und das Kapodor hier auf Level 16. Kann halt auch gehen, weil... Ich habe ja meinen Garodos schon. So. Gut. Ich habe nicht mehr viele Pokémon. Gut. Dann will ich sagen, mach's das, Leute. Morgen geht's ab in die Arena. Zur alten Dame. Dann fordern wir sie heraus. Ich hoffe, jetzt einfach... Da kommt jetzt nicht noch eine Sequenz oder so mit jemandem? Okay. Nein. Fair-Belly-Stadion. Weil jetzt drei Häuser und das Stadion wird ausverkauft sein. Naja. Wie dem auch sei, das war's für diesen Part. Ich bedanke mich rechtzeitig fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.